Alles klar. Okay, gut. Achtung, du los. Schief, aus, tief und hoch. Ah ja, sehr gut. Aus der Ferse bleiben. Schief, gesetzt, zurück. Schraube schön nach anderen. Viel besser. Gut. Achtung und hopp. Und hoch, hopp. Jetzt, jetzt. Start. Einmal noch. Letztes Mal. Nach hinten setzen. Lassen auf den Fersen. Okay, hinternause strecken, Oberkörper, Vorlage. Arme vorne, Bauch fest angespannt. 21, 22, 23, 24. Brücken drängen. Herz hoch. Und jetzt, hopp. 21, 22, 23, 24. Pause. Geben die Arme nicht mehr. Achtung. Achtung. Jetzt schaust du den Fingern mit den Fingern nachschauen. Alle drei. Schaust den Fingern nach. Achtung. 21, 23, 24. Den Fingern bitte nachschauen. Atmen. Achtung, Rücken kommt dazu. Schau mit nach oben. Bis am Rücken. Ja. Zwei, oder passt so? Ja, passt so. Achtung. Und. 21, 22, 23. Spieße den Rücken schon. Zwei, ist in Ordnung. Und los geht's. Ganz früh atmen. Gut. Jungs, ruhig und gegenmässig atmen. Okay? Und Pause. Achtung. 21, 22, 23, 24. Pause. Sehr schön. Rücken muss nur durch. Schau mit. Wie hältst du? Bei dir ist es super. Machst du das. Ja. Gut. Achtung. Oberkörpervorlage. Es macht es voll gut. Bis man ja Oberkörpervorlage nicht mit oben schaut. Sehr schön. Und einmal noch. Langsam. Und dann erhöhen wir das Tempo, Jungs. Tempo erhöhen dann. So. Doppeltes Tempo. Zwei wiederholungen. Achtung. Zwei wiederholungen. Die vier Sekunden. Und los geht's. Eins. Und. Eins. Hopp. Zwei. Hopp. Oberkörpervorlage müssen. Das ist gut. Oberkörpervorlage. Und. Ja. Schön. Bravo. Super. Das ist toll. Sehr gut. Ja. Richtig schön. Nur strecken. Lang machen. Hopp. Zieh. Hopp. Hopp. Das war schön.